Hallo und herzlich willkommen zurück bei Baldur's Gate 3. Wir sind in einer zwickten Situation. Ich habe jetzt hier schon herumgesucht, ob ich irgendwas finde hier in ihrem wilden Labor, was ich eventuell gegen sie einsetzen könnte, was Vettelbann heißt. Also ich gehe davon aus, dass es so etwas wie ein Trank ist erstmal, aber ich habe keinen Trank. So, Vettelschwangerschaft. Was ich halt gerne noch gucken würde, ist, ob wir hier drin was haben. Was da drin ist, würde ich gerne wissen. Und ja, ansonsten müssen wir die eben halt umbringen. Da kann ich jetzt auch nicht ändern, dass das Kind irgendwie stirbt. Hä? Ist sie gelähmt? Warum bewegten sie sich nicht mehr? Kann ich sie irgendwie verzaubern, dass sie pennt? Vielleicht kann man das irgendwie rauskratzen, das Kind. Fündigkeit, Rinderhaut, Kriecherschleim. Ich bin jetzt... Unsichtbarkeit, Großheit, Draw Gift, Agile. Okay, wir gucken mal hier rein. Was ist das? Zirkon? Ja, nee. Bringt nix. Okay. Dann müssen wir sie wahrscheinlich echt umlegen. So, hier. Wir haben die Vettel in ihrem Hort gejagt und sehe ich den ihr nun gegenüber. Ist gewachsen, aber auch die unsere. Zeit ihr das zu zeigen. Wir haben einen Teinchen Edel gefunden. Sie hat sich im Keller der errötenden Nixe versteckt. Mit dem Vettel-Bann können wir Bannra retten. Der Vettel-Bann. Der Vettel-Bann. Ist entweder ein Zettel oder ein... Aber ich glaube nicht, dass es ein Zettel ist, weil wenn es ein Zettel ist, dann müsste es ja... Warte mal, wenn es ein Zettel ist, dann müsste es ja ein allgemein gebräuchlicher Zettel sein. Also ich glaube nicht, dass die extra einen Zettel herstellen, der sowas macht. Kannst du mal das hier untersuchen? Nee. Kannst du das sporen, der hast... Kannst du das angreifen? Ja. Ja. Cool. Würde ich sagen, ist cool. Man kann es aber auch nicht ausrauben. Okay. Okay. Was ich natürlich jetzt nicht hoffe... Was ich echt nicht hoffe, ist, dass es irgendwas mit Alchemie zu tun hat. Dass hier irgendwo sowas dabei steht. Trankes Gedanken lesen, sprechend mit Tieren. Weil ich habe ja mein ganzes Alchemie-Zeug in der Kiste, in der Truhe. Jetzt kann da... Fett übern! Oh, nee. Beliebige Essenz und getrocknete Feenblüte. Oh, nee. Das ist echt so ein Ding zum Herstellen. Geht eine von diesem Extrakt... Äh... Ich kann halt Null herstellen. Och, nee. Okay, das Kind ist verloren. Das Kind ist eindeutig verloren. Balsam. Hier, so sieht das doch aus. Asche. Eine Asche brauchen wir dafür. Also das ist zumindest ein Aschenzeichen. Getrocknete Feenblüte. Asche von getrockner Feenblüte. Von diesem Extrakt geht eine florale Duftnote von Geißblatt, Eukalyptus, Krokus und Alpenfeilchen auf. Also es ist ein Extrakt. Aber ich kann ihn doch gar nicht herstellen, oder? Essenz. Balsam-Asche. Deutschwurz-Asche. Drachenei-Pilz-Asche. Feuer-Asche. Pin-Ohr-Asche. Hm. Ich kann das gar nicht herstellen. Ja, also Kind wird sterben. Mhm. Cool. Ja, wer hätte das gedacht? Dann... Wollen wir die mal verzaubern? Vielleicht können wir die ja irgendwie verzaubern. Einfaches Gift. Blutdurstsäure. Ölflasche. Gegengift. Schlichtes Gift. Unsichtbares Sehen. Peiniges Wasser. Öl der Präzision. Gedankenlesens. Der Dunkelsicht. Und der Unsichtbarkeit. Fliegen. Engelsschlaf. Engelsschlaf. Rauchpulversack. Trank des Schlafs. Falle in einen magischen Schlummer. Hm. Okay. Ja. Ich würde das gerne nach ihr werfen. Darf ich noch was werfen? Vielleicht können wir das... Hier wütender Wurf. Hügel. Eleganz. Dunkelsicht. Bosheit. Wir hatten doch nur noch eins davon. Wachsamkeit. Unsichtbarkeit. Trank des Fliegens. Herzlichtbombe. Wo ist es? Derben. Schärfe. Hä? Das. Nee. Kampf. Wald. Können wir die Fernmitte beschmeißen? Hä? Wo ist es denn? Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich sie... Hä? Wasser beschmeißen. Stab der Unterbrechung. Wie ist denn das, wenn wir versuchen zu fliehen? Sehr gut. Ich brauche ja nur einen, der flieht. Der kann ja auch dann wieder zurückkommen meinetwegen. Spurten Sprung. Du wartest jetzt hier. Okay, sie knurrt einfach nur. Nirgendwo hin. Du fließt. Eine bessere Position. Können wir mit dem fliehen? Hat sie irgendwas, was wir draufschmeißen können? Heiliges Wasser. Alchemistenfeuer. Fliegen. Okay, also sie kann echt nichts mehr tun. Let's go. Let's go. Man kann nicht mit ihm fliehen. Also das würde ich schon gerne noch probieren. Ja, brüll Knurr. Kann so machen, wie du willst. Ja, Eva. Was habe ich jetzt hier für Krempel? Vielleicht habe ich das jetzt sogar, was ich brauche. Oh. So viel habe ich mich mit Krempel. Hoffentlich kann ich dann wieder zurückkommen. Ähm. Ahon Trüffel. Ahon Trüffel. Da habe ich von da habe ich was gelesen. Ich brauche nur Pils. So ein Schuppen. Hier. Okay. Gut. Äh. Gut. Äh. Oh. Oh. Wo ist es? Schichtung. Hä? Also das haben wir ja jetzt einmal und wir können ja irgendein Essensit einfach herstellen. Aber er hat das Rezept nicht, sehe ich gerade. Okay, komm mit. Können wir das jetzt herstellen? Ach, kann er es mit die andere herstellen? Okay. Ja, du kannst ein bisschen knurren, wie du willst. So, Madame. Hä, da bin ich bescheuert. Hä? Hier. Okay, schaffen wir das jetzt doch irgendwie? Okay, wir müssen werfen. Oh, warte mal. Hier. Werfen. Und jetzt Vettelbahn. Was stirbt die dann? Die sind da Vettelbahn. Hier. Fünfzig Prozent. Gute Idee, ich denke. Was hast du... Bleib dran, Vettelbahn! Oh! Ähm. Gebt Wanra frei sofort! Nein! Bleib dran! Okay, jetzt können wir es eigentlich umbringen. Ah, da hast du ja sauer Glück gehabt. Okay. Also... Du hast es wunderschön gemacht. Okay. Also, war wirklich sehr gut, Astarion. Sehr gut. Ausgesprochen gut funktioniert. Ah, ich wusste, dass sie keine Waffe hat. Ich wollte es auch trotzdem probieren. Ich werde keine Waffe wissen. Ah! 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 Du bist doch vorne, deine Mutter hat mich geschickt. Ja? Mami! Le... Lazy ist inspiriert. Okay. 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 Gut, wir haben das Kind tatsächlich noch. Jetzt erinnere ich mich auch dran. Die hat uns das gegeben und das stand irgendwie, stand da nicht Rezept für Vettel-Bun oder so. Zum Glück können wir zurückgehen. Am wenigsten das hingekriegt. Das ist ja schon Wunder. Gut, dann ist die Vettel jetzt wahrscheinlich für immer nieder. Im besten Fall. Wir haben ja ihre Pilze totgemacht, aber dass sie ohne ihre Pilze gar nichts mehr machen konnte, war auch komisch. Dass wir hier einfach so zurückgehen konnten, ist aber sehr gut. Wo jetzt das Kind natürlich ist, habe ich keine Ahnung von. Ja, ein bisschen Säure geht immer. Hier lade ich bestimmt jetzt gleich jemand rein. Gehört zum guten Ton. Hä? Was ist hier ein Loch oder was? Ich komme hier nicht weiter. Warum komme ich hier nicht weiter? Hä? Irgendwie wollte ich nicht durch das Loch gehen. Ich wollte gerade sagen, kam hier nicht von hier. Ach ja. Und hier haben wir das ganze Müll. Okay, raus hier. Wir gehen jetzt zu ihrem Haus zurück und sagen dir das. Oh, was ein Akt. Hätten wir das Kind mitnehmen sollen? Ich bin ein Akt. Du hast sie zurück. Du hast sie zurück. Du hast zurück, mein süß, süß girl. Die Fette war mein Problem. Ja gut, eigentlich, ihr habt verdammtes Glück, dass ich da war. Fast wäre sie gestorben. Oh, ich erhalte zwei Sachen. Okay, sie kann anscheinend nicht mehr reden, seit sie beim, bei der liebe Vettel im Bäuchlein war. Gut. Wollt ihr reden? Okay, hier will niemand reden. Wir haben die kleine Wanra gerettet. Ach nee. Sollen wir vielleicht mal ins Lager gehen? Die sind zwar noch einigermaßen okay, aber... Rettet den ersten Droiden. Ja, das Ding ist durch, würde ich sagen, wir mal zu. Okay, wir gehen noch zu den Überlebenden. Wo waren denn die Überlebenden? Ach, hier war das doch, oder? Ja, hier. Da gehen wir jetzt hin. Das Haus des alten Galo. Zum Glück hatte ich irgendwie alles auf Tasche. Ich würde am liebsten die ganzen Kistchen da ausräumen. Also auf Tasche im Lager. Und dann gehen wir aber mal wirklich in unser Lager. Bin ich falsch gelaufen? Oh ja, aber sowas von. Oh, die haben mir die Tür einfach aufgelassen, oder waren wir das? So, wir haben es geschafft. Wir wollen jetzt mit uns reden darüber. Hier, sie. Woher wisst ihr das? Klaro, das war ein Klacks für mich. Oh, danke für die Gäste. Du hörst du das, Connor? Ethel ist tot. Oh, du hast nicht... Oder? Wir werden sie schon mal wieder. Und wenn du sie wieder zurück Thanksgiving seid? Das war ein... Ich denke, mit Ethel gone... Ich denke, dass sie weg sind. Da ist er... Nee, danke. Ich werde... Das war schon ein Akt. Man muss ja schon sagen, das war ein Akt. Ich habe sogar noch mal neu geladen. Was dann mehr oder weniger nicht viel gebracht hat. Es wird nie wieder menschlich sein. Ihr müsst ihn aufgeben. Er wird nie wieder menschlich sein. Ihr müsst ihn aufgeben. Ich weiß. Dammit, ich weiß. Connor, ich liebe dich. Ich liebe dich seitdem wir waren Kinder. Und du hast mir geblüben und hast mich nach der Sommerfaire. Aber du bist weg. Und das... ...tie... ...ist nicht du. Ach, jetzt weiß ich, wer sie ist. Wie haben ihr den mitgegeben? Das hier ist doch voll gemein, oder? Nicht zu glauben, dass ihr ihn einfach getötet habt. Nicht zu glauben, dass ihr ihn einfach getötet habt. Ich weiß nicht, was Ethel getan hat. Ich lasse ihn einfach einfach gehen. Hier. Danke, dass Ethel töten. Aber ich würde gerne, dass du jetzt gehen würdest. Ich werde gut sein. Ich weiß, dass ich stärker als das. Ich brauche nur ein bisschen Zeit. Schön. Also, ich erinnere mich tatsächlich an sie. Wir haben ihr den Zombie mitgegeben, oder wir hätten ihn haben können, gell? So war das doch. Wir hätten ihn irgendwie benutzen können, aber wir haben ihn ihr gegeben. Hätten wir sie auch umbringen können, wenn wir die Pilze nicht kaputt gemacht hätten? Okay, also sie kämpft doch eindeutig mit uns, oder? Ich habe schon dieses andere komische Symbol, was mir nichts bringt. Der absoluten. So, das war ja mal absolut krass, ey. Jetzt haben wir hier noch was, und hier, und hier oben. Da müssen wir eigentlich auch noch hin. Wir müssen dann mit dem reden. Und eigentlich sollen wir auch noch einen Teufelspakt abschließen, glaube ich. Wir haben jetzt hier nur das fertig gemacht, das da. Tochter der Dunkelheit, die ist hier nüber. Ach ja. Das hier, das ist komisch. Ja, das müssen wir noch machen. Wir müssen uns aufstehen. Kriegerin, wir haben ein Buch. Okay. Lass dich auf einen Teufelspakt ein. Hilfe, Käfer, Kroft. Okay, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bei dieser wahnsinnig krassen Rettung dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend, und vielleicht ist Alchemie doch gar nicht so verkehrt in diesem Spiel. Bis dann, tschüss. Tschüss.